Hallo Leute, die, die mir auf Instagram folgen, die wissen schon, oder auf Snapchat, die wissen schon, dass wir ein neues Familienmitglied in der WG haben. Das ist Magnus. Und unser Mitbewohner Franz, der kennt den Magnus noch nicht. Und den werde ich jetzt mal mit dem Magnus überraschen. Man hört den Franz nämlich gerade reden, er betreibt exzessives Online-Gaming. Und wenn ich mich reinschleiche ganz geschickt, dann merkt er das nicht. Versuch's mal. Der hört mit Kopfhörern. Kannst du mit seinem Meinung schön? Alter, ihr ist fast sehen. Was machst du denn jetzt schon wieder? Der hat's schon gesehen. Was ist das denn? Sagst du bitte Hallo zu Magnus? Das ist der neue Mitbewohner. Ich lasse dir den hier so da, ja? Freut dich erst dann mit ihm an. Freut dich dann mit ihm an. Was ist das denn? Ich hab mir das echt gemein. Er jubelt dir beim Zocken. Yes! Du machst das sehr gut, guck doch mal. Er steht voll und ganz hinter dir. Nee, aufsichtlich nicht. Scheint, dass ich keine Facecamere noch tue.